Bei wem durch die diesjährigen Ausfälle die Weihnachtsstimmung in zwanken geraten ist, der möchte das Volksliederarchiv mit ihrem solidarischen Adventskalender aushelfen. Ab Dienstag, dem 1. Dezember, werden auf der Webseite des Volksliederarchivs täglich Weihnachtslieder zu hören sein. Unter den KünstlerInnen verbergen sich zahlreiche PreisträgerInnen der deutschen Schallplattenkritik, welche neben den Klassikern auch weniger bekannte traditionelle Lieder vorstellen werden. Spenden an das Projekt unterstützen die beteiligten KünstlerInnen, die Amadeo Antonio Stiftung gegen Rechtsextremismus sowie die Bremer Suppenengel.